Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Skyrim-Gameplay. Also, ich bin jetzt gerade hier in Künishain und ich habe noch ein Quest, nämlich... Das werde ich mein Leben lang nicht verstehen. Ja, das ist von einem Quest, den ich mal gemacht habe. Also, ein Familienabstück. Einigen reichen Leuten wurde ein Familienabstück gestohlen, nämlich Elfenstreitkolben. Den muss ich jetzt zu Skior bei den Gefährten zurückbringen. Das mache ich jetzt mal. Mit meiner Schattenbeine. Okay. Äh. Ah, es speichert automatisch. Sorry, dass es so lange geht. Keine Ahnung, warum. Aber es ist halt noch auf der PS3. Okay, jetzt erstmal warten. Okay. Okay. Und dann? Ja. Okay. Okay. Okay, da wären wir. Das ist Lydia, meine Begleiterin. So. Hier runter gehe ich einfach, wenn mir das schneller geht. Und ihr habt unseren Lobkreis verdient, denn wir sind eins. Ehe wie ein Vorstieg. Auf die Nacht, die nur in Kontrolle sind wir. Okay, jetzt gehen wir in Yawaskul rein. Das sind nämlich immer die Gefährten. Denen kann man sich anschließen, wenn man auf der Suche nach Abenteuer ist und so. Und nach Gesellschaft. Oh, das war mein Handy, sorry. Ihr müsst euch noch beweisen, Welpe. Das ist Georg. Braucht ihr Hilfe? Ich habe hier gerade alle Hände voll zu tun. Ich habe eine Waffe der Familie gefunden. Elfenstreitkolben. Sieht unbeschädigt aus. Sie werden sich sicher freuen. Und wir werden uns über ihr Geld freuen. 300 Gold, okay. Ähm, jetzt zeige ich euch noch was anderes. Also gut. Wir können noch einen Drachen töten. Und dafür Kopfgeld kassieren. In, äh, wo war das? Windhelm, glaube ich. Ich finde es eigentlich noch blöd, dass es immer so lange dauert. Wenn es laden muss. Ja, Moment. Hier muss es sein. Hier. Knochenspitze. Also. Tötet den Drachen in Knochenspitze. Das machen wir jetzt mal. Also, falls ihr euch wundert, dass es so komisch aussieht. Ich filme das mit meinem Camcorder. Und auf einem Stativ. Und im Fernseher. Und im Fernseher. Und da ist er schon. Nein, selten noch. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Wohin wollt ihr? Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Ich könnte euch eine Menge Akadar sparen. Wenn ihr wirklich meine Arbeit für mich tun wollt? Hier. Ich markiere den Rauch auf deiner Karte. Meine Schaube so trotzt. Was es auch ist. Wieso steht mein guter Mann auf dem Spiel? Okay. Etra Drachen, der ist zäh. Ich muss Drachenfall einsetzen. Und schreie. Na, komm her. Komm her. Ja, gut so. So, jetzt. Der ist zäh. Und außerdem stark. Okay. Aber ich habe ihm schon viel Schaden zugefügt. Ihr werdet nicht, die Oberhand gewinnen. Genau, ihr wettet nicht, die Oberhand gewinnen. Das war Drachenfall. Jetzt wird er zum Landen gezwungen. Für die, die es nicht wissen. Streck den Nile. Ich bin nicht zu den Drachen. Da seht ihr. Jetzt kann ich ihn besiegen. Ja. Ich schwinge jetzt mit beiden Erwachen gleichzeitig. So. Abgeschlossen. Töte den Drachen in Knochenspitze. Lass dir von YourLife das Kopfgeld geben. Der wurde hier einfach so gespawnt. Deshalb nehme ich seine Seele nicht auf. Keine Ahnung warum, eigentlich. Aber der wurde, glaube ich, extra dafür gespawnt. Und der war nicht Schaden und ich war einfach so schon hier, glaube ich. Weil ich hier war schon mal ein Quest. Und da habe ich hier ein Wort der Macht gelernt. Und da musste ich sehr wahrscheinlich auch einen Drachen besiegen. Lydia. Okay. Da können wir jetzt mal das Kopfgeld aufholen. Ich vertue mich manchmal vollkommen. Okay. Palast der Könige. Da habe ich auch ein Haus gekauft. Okay. Nach dem höre ich dann auf. Ich will jetzt nicht länger als 10 Minuten machen. Nicht, dass es zu langweilig wird. Also diesen Schwanz von den Kajits finde ich noch schön. Ich meine, diese Idee. Ein Katzenvolk. Das muss man noch haben. Wisst ihr? Herzig, sage ich jetzt mal. Ich finde das herzig. Du verstehst das nicht falsch. Du hast ja dem diese weiße Schwanzspitze. Herrlich. Äh. So jetzt. Was für ein Glück, dass ihr diese Fiole für Laurelion vor seinem Tod besorgen konntet. Der Mann war davon besessen. Na, ist auch von einem Quiz, den ich mal gemacht habe. Aber ist noch gar nicht so lange her. Äh. Äh. Die Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Gut. Ich habe mich nämlich den Sturmmäntel angeschlossen. Und habe schon alle Quests abgeschlossen. Okay, äh. Moment. Der Drache von Knochenspitze ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist euer Belohnung. Okay. Möget ihr sich erreißen. Es ist gefährlich da draußen. Okay. Dann höre ich mal an dieser Stelle auf. Danke für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.